Wir sind hier im Achtzeichen mit XY-Studio, 500. Sendung. Das ist echt klasse und wir haben auch ein paar User, die uns Fragen gestellt haben und Rudiziane ist so freundlich, die auch zu beantworten. Eine Frage ist, nach welchen Kriterien kommt ein Fall in die Sendung? Also die normale Herangehensweise, das ist seit der Erfindung der Sendung so, seit Eduard Zimmermann das auf den Sender gebracht hat, es müsste sich um Kapitaldelikte handeln, also Delikte von außerordentlicher Schwere. Ich hatte das genannt, bewaffneter Robüberfall, Mord und Totschlag in Führung. Und es müssen halt auch Fälle sein, bei denen die Polizei sich über den Zuschauer Hilfe erhofft. Wann ist es für Sie eine gute Sendung? Einschaltquote oder Aufklärungsquote? Das geht einher, das ist das Schöne, dass man jetzt nicht sagt, wir wollen eine super Einschaltquote haben, weil wir dann Tagessieger sind oder so. Es ist ja völlig klar, dass je mehr Zuschauer zusehen. Größer ist dann auch die Chance, dass wir gute Hinweise reinkriegen. Also das ist im Prinzip, läuft zusammen und das geht einher. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen freuen wir uns über eine Quote. Und eine gute Sendung ist es, wenn da hinten nach zehn Minuten die Telefone klingeln. Gibt es einen Fall, das wurde vorhin gefragt, der Sie besonders bewegt hat so in Ihrer Zeit? Ja, viele Fälle. Also es wird immer mehr. Gerade unlängst hatten wir den Fall von Marc Herbert, ein junger Mann, 23 Jahre alt. Damals 23 Jahre alt, der bei einer Auseinandersetzung, die eskalierte, buchstäblich in den Rollstuhl geprügelt wurde. Das war unglaublich. Der Mann erlitt einen dreifachen Wirbelbruch, Halswirbelbruch und ist seit dieser Zeit vom Hals abwärts querschnittsgelähmt. Es gab anonyme Hinweise zu diesem Täter. Alle gingen in Richtung einer Person, aber niemand hatte die Courage, sag ich mal, oder den Mut, so etwas mit seiner Identität preiszugeben. Denn dann erst ist es vor Gericht verwertbar. Das heißt, man konnte diesem Täter nichts nachweisen. Nach dieser Sendung haben sich mehrere Personen bereit erklärt, vor Gericht auch mit ihrer Identität auszusagen. Und damit sitzt dieser Mann, dieser brutale Schläger, jetzt zunächst mal in U-Haft und es wird ihm der Prozess gemeint. Warum trägt der Moderator die Brille nicht in der Live-Sendung? Das ist eine spannende Frage. Spannende Frage, ja. Die trage ich heute in der Live-Sendung, weil ich zuletzt so eine leichte Bindehautreizung hatte. Wahrscheinlich durchs lange Kontaktlinsen tragen und heute werde ich mir die Brille anziehen. Aber das Blöde ist, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier wahrscheinlich nicht. Sie können noch so sauber putzen. Sie haben immer Schlieren auf der Brille und wenn die Scheinwerfer dann da reinkommen, dann ist das ätzend. Ja, also hier ist mein Arbeitsplatz während der Sendung. Das ist unser Pult. Das kennen Sie ja wahrscheinlich. Ich stehe immer auf dieser Seite. Der zuständige Ermittler ist dann auf dieser Seite. Hier unten, wenn Sie sich das mal angucken wollen, da habe ich nochmal so eine Möglichkeit, ein bisschen was abzulegen. Das ist mein Stapel an Karten. Das sind heute 105 Moderationskarten. Ich nehme natürlich dann immer nur das Päckchen mit, was ich gerade brauche. Und da unten ist die Verkabelung von diesem Pult, weil danach einige Beleuchtungen drin sind. Hier sind dann die Kollegen beziehungsweise die Ermittler. Hier sind die Kriminalhauptkommissare. Und hier hinten, das sind die Damen und Herren vom Landeskriminalamt Bayern, die also hier immer das sogenannte Aufnahmestudio bedienen. An dieser Stelle sitzt Alfred Hettmer. Das ist der erste Kriminalhauptkommissar vom LKA Bayern. Und er ist ja derjenige, der mir am Ende dann auch immer die Bilanz präsentiert, also was an Anrufen eingekommen ist. Hier kommen die Anrufe an und dann kann es um 20.15 Uhr losgehen.